Die nächste Kategorie ist die Reflective Performance Kategorie. Und wir haben Nummer 27, Vorbegarage von Liechtenstein. Dritter Platz, Vorbegarage aus Liechtenstein. Start Nummer 27 in der Klasse Reflective Performance. Jawohl, sehr bonnach kommt hier hoch. Dritter Platz, die Sie in der Klasse. Congratulations für Liechtenstein. Herzlichen Glückwunsch nach Liechtenstein. Vorbegarage wird der Platz in der Kategorie Reflective Performance. Untertitelung des ZDF für funk, 2017